Hi und herzlich willkommen bei der Barschule Freiburg. Ich bin Diana, euer Coach und ich zeige euch heute, wie man einen Aperol Spritz zubereitet. Der Aperol Spritz ist das Nationalgetränk Italiens und besteht hauptsächlich aus Aperol, der ein Bitterlikör aus Italien ist. Und der besteht aus Rhabarber, Orangen und China-Rinde. China-Rinde kennen wir, Chenin gibt hauptsächlich den Geschmack in Tonic Water. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal. All diese Zutaten findet ihr in unserer Start-Something-Box unter www.liminto.de. Alles, was ich euch jetzt erzähle, könnt ihr auch nachlesen auf unserer Cocktailkarte, da steht das ganze Rezept nochmal drauf. Genau. Zuerst nehmen wir unser Glas. Es gibt heute auch zwei Varianten, die ich euch zeige, je nachdem, ob ihr es ein bisschen spritziger oder lieblicher mögt. Wir fangen jetzt mal mit der lieblicheren Variante an. Wir nehmen unsere Orange, schneiden davon eine Scheibe ab, geben die in unser Glas, die soll nachher schön sichtbar sein. Und dann brauchen wir natürlich Eis. So. Dann geben wir auch schon unseren Aperol dazu. Und zu guter Letzt füllen wir mit Sekt nach. Fertig ist unsere erste Variante. Die lieblichere, wie gesagt. Und eine andere Möglichkeit wäre, dass wir zuerst mal das Eis eingeben. Dann nehmen wir als erstes den Sprudel, also sprudeliges Mineralwasser. Zunächst den Aperol wieder. Und dann machen wir ein paar, sagen wir vier Orangenschnitze. Drücken die schön in unseren Drink aus. So. Na da. Okay. Geben wir auch noch dazu. Und zu guter Letzt wieder der Sekt. So, dann würde ich sagen, je nachdem, welche Variante euch besser schmeckt, saluti und chin chin. Bis zum nächsten Mal.